Moin oder herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft, ja, zu einem neuen Projekt, Minecraft Crew haben wir das genannt, wir können es auch Team nennen, ist eigentlich egal. Zu einem neuen Projekt und im ersten Projekt dieses Jahr, yay, guten Rutsch, nee, warte, nicht guten Rutsch, frohes neues Jahr, hier, Dings. Wir sind mit dabei mit ein paar Kollegen, nämlich in einem neuen Projekt, das Prinzip erkläre ich euch mit der Zeit dann noch, später noch, das ist, ja, zusammen mit dabei ist natürlich der altbewährte Millionen Yoshi, mit dem wir schon so viele Folgen aufgenommen haben. Hallo, liebe Zuschauer. Genau, er ist nämlich in vielen Badwars-Folgen und Mörder, weiß nicht, hast was und Mörder-Mystery-Folgen dabei? Keine Ahnung. Nee, aber Badwars-Folgen. Ähm, dann haben wir natürlich den guten alten Doc Lane, die ja auch in dem ein oder anderen Projekt mit dabei war. Moin. Und noch zwei andere Kollegen, die ich selber nicht so doll kenne. Einmal den, einmal den Bruder von Doc Lane. Hallo. Äh, ja genau, wir starten ein neues Projekt. Minecraft Crew haben wir das Ganze genannt, einfach keine Ahnung warum, weil uns die Ideen einfach ausgängen. Ich wundere die Hintergrundgeräusche von einem komischen, äh, keine Ahnung was das sein soll. Ja. Ähm, genau, wir starten. Äh, ich würd' sagen, Projektstart ist, Projekt startet in 3, 2, 1. So, Elias. Ähm, wir gehen jetzt unseren eigenen Weg. Wir haben alle Channel, also alle eigenen, alle, weil, wir sind zwei Teams. Deswegen auch, ja, deswegen kann man das eigentlich auch, äh, Minecraft Crewen, äh, Teams nennen. Ähm, mal gucken, werdet ihr ja dann sehen. Äh, wir haben zwei Teams, einmal das Team, äh, Doc und einmal das Team, ähm, Melonfox. Melonfox besteht nur aus... Ähm, Risi, du hast da noch OP, oder? Ja. Äh, kannst du mal Tag machen, dass wir jetzt nicht hier gleich dunkel haben? Aber nur, weil es am Anfang der Folge ist. Ähm. Ähm. Ja, deswegen ja auch. Gut. Ähm, genau, damit, damit ihr natürlich besser seht. Ähm, natürlich, äh, besteht das Team nur aus uns beiden, weil, äh, äh. Bist du? Keine Ahnung. Weil hier ist ein Hund. Weil wir nicht mehr Spieler sind. Ähm, und eben dann noch das andere Team, das Team, äh, Doc, fragt mich nicht warum. Ähm, stehen aus, wie viel insgesamt aus drei Personen. Drei Personen. Ähm, und ja, wir haben alle unsere eigenen Channel auf Discord. Und, ja. Ja. Ja, wir haben uns schon einen Plan überlegt, ne, Lias? Mhm. Nämlich, wir, äh, gehen beide einen anderen Weg. Erstmal. Äh, wir suchen nämlich, damit das schneller geht, ein Dorf. Welche Richtung gehst denn du? Äh, ich baue, ich tue jetzt erstmal ein paar Ressourcen, äh, bauen, damit ich erstmal hier ein bisschen gewappnet bin. Natürlich auch. Wie das mit dem Kill-System ist, weiß ich nicht. Wenn wir Tab drücken, dann sehen wir, ähm, ich hab schon ein paar Herzensschaden genommen, Lul. Ähm, und eben, ja, wir haben alle solche Herzen, Lul. Ähm, es ist ein sehr kurz, naja, was heißt kurzfristig geplant? So kurzfristig geplant ist es gar nicht. Ist jetzt auch ein bisschen länger her, seitdem die letzte Folge war. War auf meinem Kanal. Äh, ich würde sagen, wo, wo bist denn du, wo bist denn du? Also, ich bin gerade in irgendeiner komischen Höhle. Okay. Äh, sonst renne ich einmal nach das Süden, das Osten, das Norden. Also, ich hab grad gesehen, Team Dock geht nach Norden, da gehen, geh ich mal nach Osten, oder? Ja, dann werd ich's nach Süden gehen. Ja, dann geh du nach Süden, ich geh nach Osten. Dann gucken wir mal, ob ein Dorf ist. Wo wir Glück haben. Okay, Aufnahme, Aufnahme läuft. Wollte mich bloß grad noch vergewissern. Äh, hier ist gleich mal eine Schacht, das ist schon mal gut, weil, äh, ne, Wohler kann man immer gebrochen. Hier ist Essen, Essen ist immer gut. Ah, ich glaub ich, ja, ich glaub ich hab dich gefunden, oder, ja, ich hab dich gefunden, gut. Ähm, ah, ne, warte, warte, Osten ist Savanne, Savanne ist ja nicht gut, ne? Ja, aber du konntest ja weitergehen, wenn du, vielleicht findest du ja hier, äh, ein Wüstendorf. Wüstendorf ist auch nicht schlimm. Okay, ja, dann guck ich mal so ein bisschen. Alter, ich bin so hoch, ich, äh, entweder ich sterbe jetzt am Fallschaden, oder, ich weiß es nicht. Äh, Kiep Inventory ist übrigens an, nicht, dass ihr euch wundert. Warte mal, kann es sein, dass ich tatsächlich der Erste bin, der, äh, technischen Fortschritt hat? Äh, ich hab auch schon Steine. Ich bin, äh, 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 ich bin der Zweite sogar, krass. Bin der Zweite, der, äh, Steinzeit gemacht hat. Wer ist der Erste? Äh, äh, hier, ähm, der, der Bruder. Oh, ich hab's noch was. Ich hab einen Außenposten gefunden. Einen Außenposten? Das heißt? Ja. Was? So ein Pillager Außenposten. Ach, du hast so ein Pillager, äh, Dorfdings gefunden? Mhm. Okay. Hier ist mehr. Wenn meine Chunks sich mal anhören. Oh, nein, 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 nein. Geh weg, geh weg, geh weg. Du mit deiner Kaka-Armfost. Ich bin auf der 1.18. Oh, das ist ein Schafes. Und ich hab... Ey, ich verreche gleich. Ich hab kein Essen. Also, ich glaub... Im Süden gibt's, glaub ich, nicht so viel. Äh, wahrscheinlich sind das zehn Strangs, die ich hier habe. Äh, ja, der ist nicht weiter, ne? Hier ist halt noch ein bisschen... Oh, ich hab ein normales Biom gefunden. Ich hab Gold. Oh, ich hab... Also, ich hab... Also, ich kann mir schon mal ein Bett machen. So viel steht fest. Ich nicht. Äh, ich kann dir auch fast ein Bett. Also, ich brauch noch jetzt noch zwei Wolle, dann kann ich dir auch ein Bett machen. Allerdings sind kühl. Kühle sind gut. Sind doch nie mal zehn Schranks. Okay, ich kann dir jetzt auch ein Bett machen. Äh, ich kann mir ja selbst ein Bett machen. Ja, ich mein... Ich sag ja bloß, ich hab genügend Wolle. So ein Schafes, bei mir. Ich hab Pferde. Ja, das sind gut. Bei mir auch. Zwei Pferde. Warte mal, wie konnte man Pferde nochmal ziehen? Ich weiß es nicht mehr. Äh, du musst auf die Reiten. Stimmt, dann braucht man einen Sattel. Stimmt, ich hab so lange gekämpft. Ja. Ich hab irgendwie mal gehört, als Trick, man soll immer auf den Kopf gucken, oder? Nee. Gibt keine Tricks. Nur ne Wahrscheinlichkeit. Ah, ich hab... Ich hab... Ja, ich hab... Ich hab ein Pferd. Kann aber damit noch nichts anfangen, ne? Ja, gut. Ein Pferd, du bleibst hier. Ich muss unbedingt was essen. Oh, ich hab Bienenstock. Ich hab ein Dorf. Du hast ein Dorf? Ja. Okay, soll ich jetzt noch eins suchen, oder nehmen wir das? Nee. Okay. Weißt schon. Wir brauchen nur ein Dorf. Okay. Äh, also kann ich wieder zurückkommen. Nice. Äh, warte. Ich sag dir gleich die Koordinaten. Ich brauch nur was zu essen, ne? Boah, da kommt jetzt random, grad Dorf gefunden. Das ging schneller, als ich gedacht hab. Ich guck nur mal so rüber. Ich guck nur nach links. Auf allem ist nicht so ein Haus. Und das Gute ist, wir haben noch einen Außenposten hier in der Nähe. Das ist auch gut, ja. Du bist nach Süden gegangen. Ich frag mich gerade, wie weit die anderen schon sind. Weiß ich selbst gar nicht so genug. Aber auf jeden Fall nicht mit bei uns. Also hoffe ich. Nee, die sind nach Norden gegangen, glaub ich. Ey, das wär's, wenn die jetzt umgedreht hätten. Und auch jetzt mit diesem Dorf sind. Ey, das wär's, ja. Ja. So, ich geh jetzt zum Dorf. Ich sag dir gleich die Koordinaten. Dorf, wo da eure Rettung kommt. Was? Wo eure Rettung kommt? Ja. Die Rettung. Die Rettung. Soll, ne Schlucht haben wir auch. Okay. Die Koordinaten sind... Kannst du das mal bitte in unserem Chat schreiben? Also in unserem Gruppenchat? Also in unserem Teamchat? Discord. Discord Teamchat? Ja. Da haben wir sowas? Ja, haben wir. Was? Hab ich extra dafür eingerichtet. Warte. Und wie jetzt? Ja, wenn du ein bisschen hoch scrollst, bei Text Channel steht dort unser Teamname und da gehst du drauf und dann schreibst du das da mal. Ah, hier. Team Melon Fox. Mhm. So. Und. Bei. Fabisch. Oh ja, ich glaube, ich bin bei dir. Ich habe auch diese komische Dings gefunden. Du, Clanny hat jetzt erst einen Stein... Wow. Ist der, der er zeigt gemacht? Der wollte unbedingt Dorf suchen, glaube ich. Ich gucke mir mal die Schlucht an. Ich bin bei den Pillanger, aber nein, 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 nicht sterben. Wieder weg. Du darfst da nicht durchgehen. Nein, du musst da vorbei einfach. Hier ist ein Portal. Elias hat anscheinend Dias gefunden, ist ein paar Mal gestorben. Doc Lenny ist auch ein paar Mal gestorben. Gut. Ich suche immer noch dich. Und wir haben einiges. Wir haben Lava, eine Lavaquelle in unserer Nähe. Okay, jetzt ist mindestens einmal, äh, jeder einmal gestorben, außer ich. Okay. Wir haben eine Kristallhöhle. Oh, okay. Äh, was haben wir noch? Können wir noch was für noch alles machen. Ach, und ich habe für dich vielleicht eine Eisenrüstung zusammen. Ah, nice. Äh, ich habe für dich schon fleißig Eisenrüstung gestorben. Kommt. Ja. Okay, ich habe mich schon mal hochgebaut. Ich gucke jetzt mal auf die Koordinaten, wo denn... Du eigentlich bist, war anscheinend, finde ich dich wirklich nicht. Hast du das in den Chat geschrieben? Ja. Ja, in den Discord-Chat. 200? Okay. Ich habe gleich eine Tintenbeutel, so. Ah, okay. Ja, ich sehe das Dorf. Kommt her, Dias. Und es wird jetzt Tag? Ja, es wird Tag. Das ist gut. Und du willst jetzt in dem Dorf... Oha, es ist ein großes Dorf. Willst du jetzt in dem Dorf wohnen, oder wie? Ja. Okay. Also, nicht direkt im Dorf, also neben dem Dorf, aber ich will aus diesem Dorf eine Festung bauen. Ah, okay. Das heißt, wir tun das Dorf dann einmal zu unserem erklären. Genau. Noch mehr Dias. Digga, was ist denn bei dir los? Ich bin... Du findest mega schnell, Dias. Ah, okay, ich bin bei dir angekommen. Wir haben zwei Werkbänke. Ähm. Ich würde sagen... Wenn wir Wettstorm brauchen... Hast du Kohle? Kohle habe ich. Und im Eventar. Kann ich die eine Kohle aus deinem Ofen verwenden? Ja, ja. Gut, dann würde ich mir erst mal essen. Kannst du auch das Essen verwenden, wenn du willst. Ja. Ich brauche nämlich Essen. Wenn da Essen überhaupt drin ist. Ja, da sind noch fünf Steaks drin. Steaks. Naja, kannst du rausnehmen. Steaks. Steaks. Ach stimmt, ich muss kurz mal was überprüfen. Okay, doch, scheint zu funktionieren. Gut. Meine letzte Folge hat es ein bisschen gelegt. Ja. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, wahrscheinlich wegen Speichermangel. Jetzt lagts hoffentlich nicht. Das werde ich dann im Schnitt sehen. Äh. Oh, du hast hier noch gar nichts gelootet. Nein, nein. Gelootet habe ich nichts. Soll ich mal looten? Ja, kannst ruhig machen. Hier ist nämlich ein Sattel drin. Oh, Lederrüstung. Rot, 1 Maragd. Nice. Sattel. Für dein Pferd, den du gezinkt hast. Ja, ich weiß noch nicht, wo das ist, aber egal. Okay, hier ist nichts. Ne, Eisengrolem. Aber wir müssen ja auch noch Klaus beschwören. Klaus ist doch da, im Dorf. Ja, nee, das ist aber nicht der echte Klaus. Das ist Peter. Fake Klaus. Das ist Fake Klaus. Das ist Klaus 2.0. Das ist ein Fan von Klaus. Das ist ein Fan von Klaus, genau. Warum haben wir drei Lederhosen und eine Lederkappe in einer Truhe? Sag, die Dorfbrunner. Woher bra... Ja, okay. Ich frag mal lieber nicht. Ein Sattel ist gut. Oh mein Gott, zwei Bücher, das ist auch gut. Ein Sapling brauche ich nicht. Äpfel, Kartoffeln nehme ich gerne mit. Warum auch immer die Saplings-Sattel haben. Ach, und wir haben eine Mine. Also Mine-Cheft haben wir auch. In Mine-Cheft? Aber tatsächlich ist in der 1.18 Minenschächte tatsächlich gar nicht so selten mehr, ne? Die sind sehr, sehr häufig eigentlich. Also ich hab mal mit einem Freund die 1.18 mal so ein bisschen gespielt. Und da haben wir nur Minenschächte gefunden. In jeder Höhle, die wir waren. In jeder Schritt. Ja, die sind halt groß. Und vielleicht haben sie es auch noch nicht so ganz behoben mit der... Ja, das war ne... Back... Back... Was? Das war ein Back... Back... Ich schreibe auch immer Back mit G... Ähm, mit Back... Ja, ja, egal. Genau, was bieten die denn überhaupt an? 10 Kohle für 1 Maragd... 10 Kohle für 1 Maragd, das geht voll klar. 10 Kohle für 1 Maragd, das ist sehr, sehr gut eigentlich. Das ist sehr, sehr gut. Das bittet der andere an. Man muss immer nur so ein Deer irgendwie. Das sind immer so... Nur ein Deer. 6 Leder für 1 Maragd. Okay. Wie viel Smaragd? 7 Smaragd für eine gefärbte Lederjacke. Ah, gut. Würde ich zwar jetzt nicht so ganz machen. Aber das, äh... Das ist gefärbt. Aber die 6 Leder für 1 Maragd, das geht sogar noch. Ja. Was macht der hier? Wenn du ne richtig gute Farm hast. Ja. Ich hab... 7 Leder. Könnte mir schon 1 Maragd holen. Mach das aber nicht. Nee. Brauchen wir nur für andere Dinge. Aber tatsächlich gibt's wirklich bloß diesen einen Fischmann und diesen anderen... Die andere sind alle... Ach, hier hinten geht's ja noch im Dorf weiter. Das hab ich ja gar nicht genug. Ich würd grad sagen. Kann doch nicht sein, was die ganzen Berufe sind. Ja, Fischmann und Schmied. Oder nee, nicht mal Schmied. Äh, hier Dings. Dieser andere Beruf, der nur Leder verkauft. Und der verkauft 1 Maragd für 2... Nee, nee, das ist nicht gut. Dann müssen... Wir müssen auf jeden Fall einen Farmer bauen. Wir brauchen auf jeden Fall einen Farmer. Der kann nämlich das Dorf versorgen. Tatsächlich haben wir bloß 3 Berufe. Oh, der verkauft... Das ist ein sehr interessantes Angebot. 1 Maragd und 6 rohe Kabeljau... Äh, Kabel... Kabeljau... Jaue? Kabeljau... Keine Ahnung. Äh, für 6 gebratene Kabeljau... Dinger. Fische. Achso... Ähm... Das ist aber... Also, da kann ich dir auch gleich im Ofenbraten statt... Und Smaragd dafür auszugeben. Okay. Ja. Ähm... Erstmal was essen. Mampf, mampf, mampf. Soll ich auch in die Höhle gehen? Kannst es gern machen. Kannst noch Eisen fahren und so. Ich würde mir erstmal eine Kiste... Also, ich bin in der Schlucht. Ja, naja, das ist ja sowieso, aber... Äh, wie lange geht denn die Aufnahme schon? 24 Minuten, okay. Ach, stimmt, hier ist... Ist hier ist... Bist du in der Schlucht, die gleich am Dorf ist? Ja, ja. Okay. Eine andere Schlucht gibt's, glaub ich, gar nicht. Wie wollen wir das Dorf nennen? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Die Festung von Mellon Fox. Das namenlose Dorf. Copyright bei Mellon Fox. Äh, ich kann mir auch gleich mal ein Bett, ich denke, sagen. Oh, jetzt regnet's hier. Ich mach mal ein Bett orange. Ja. Zack. Gelb. Zack. Rot. Okay, ich hab ein Bettchen wieder Einstiegspunkt gesetzt. Und jetzt geht's weiter. Die größte Angst, die ich hatte, wo du weg warst, war, dass Dunst kommt irgendwie. Und dann auch, wenn man das Dorf irgendwie findet. Das stimmt, das Ding ist halt, ähm, ich meine, wir haben's jetzt so ein bisschen geclaimed, ne? Unsere Sachen sind ja hier. Aber. Moins. Moins. Ich hab da hingepinkelt. Meins. Wir haben unser Revier markiert. Iiii. Ähm. Ne, aber das Ding ist halt, die sind in der Überzahl, ne? Da müssen wir auch aufpassen. Okay, wir haben zwar ein Dings, aber... Warte mal, kämpft eigentlich ein Eisengole, wenn wir den spawnen für uns beide? Äh, nur gegen Monster. Okay, also wenn ein Spieler mich angreift, dann kämpft er nicht für mich. Nö. Schade. Sonst hätte ich Klaus vorgeschickt. Unser Mann. Unser Mann. Ich hab schon zwölf Dias. Tatsache, hier ist ein Ninschacht. Sag mal, wie bist du hier runtergekommen? Äh, ich hab irgendwo einen Weg erstmal gebaut, aber der geht nicht so ganz runter. Und dann einfach nur ein bisschen probieren, dass du keinen Fallschein kassierst. Und das war's. Also ein bisschen spaggelt der Server rum. Aber auch nur ein bisschen. Weiter deckt, oder? Ja, ein bisschen. Muss ich dran gewöhnen, glaube ich. Hoffe ich. Also ich denke, ich hoffe. Also bei mir hat's auch immer mal wieder. Ja, deswegen bin ich auch immer gestorben. Ja, wir haben ja keinen Todes-Counter, wir haben ja bloß einen Herzens-Counter. Aber wir können... Okay. Ist das Schoko-Mann regeneriert, Lul. Ähm. Mampft bestimmt was. Ich hoffe, also ich hoffe, das ist nicht schlimm, wenn ihr jetzt in der Höhle nix seht, weil... Ja. Oh, cool. Du kannst die Höhle eigentlich ruhig leer blindern. Ja. Also die Schlucht. Also Schluchten sind ja in der 1.8 sind sowas von groß. Hat ja schon gar nix mehr mit Minecraft groß zu tun, ne? Aber weißt du noch, damals, wo man immer Angst hatte, in die Höhle zu gehen, Lul? Wo man auch noch Angst hatte, dass Hirobo einkommt. Und dir deine Dias wegschnappt. Gibt's aber nicht. Ja, ne. Also, keine Ahnung, den wird's bestimmt schon geben, aber da wird nicht, dass der hier alles verwüstet, das wird ein Gerücht sein, denke ich mal. Hoffe ich. Ne, den Spieler allgemein, den wird's schon geben. Bestimmt. Safe Call. Aber. Oder eben auch nicht, ich weiß es nicht. Ich hör Spinnen. Nicht verlaufen. Also eigentlich ist es ja nicht schlimm, wenn wir sterben. Nö. Wir haben ja nicht irgendwie begrenzt, aber ich fühl mich die ganze Zeit so. Ich fühl mich die ganze Zeit so, als wär es schlimm, wenn ich sterbe. Oh, hier ist ein Animal Man. Animal Man. Oh ja, Animal Man. Cool. Oh, ich hab Eisen. Weißer, da ist er. Ja. Okay. Ich glaub, diesen Trick gibt's nicht mehr mit, wie er Dias sucht und so schnell. Mit Lapis. Ähm. Den wir früher immer verwendet haben. Ach stimmt. Ding, hast du mich geschraubt. Hey, die teleportieren sich. Jetzt weiß ich schon mal, wen ich das nächste Mal OP wegnehme. Wer teleportiert sich? Teleportieren das nicht erlaubt. Dork Lenny, äh, Mordog wurde zu Dork Lenny teleportiert. Oh, ich bin tot. Dann musst du den OP wegnehmen. Habe ich auch. Ach so. What the heck, was ist das? Ich hab ne Unterwasserhöhle gefunden. Hülfe. Alter, vor denen hab ich so Schiss. Okay, ich glaub das Gerücht mit den Dias stimmt nicht. Na, ich weiß nicht, wegen der neuen, wegen dem neues Update. Ähm. Kann's glaub ich nicht mehr stimmen, weil's ja jetzt so viel tiefer und so geht. Äh, ja. Mien-Schacht ist jetzt blöd. Weißt du, was halt auch jetzt mehr durch Mien-Schächte gekommen sind? Diese Kackkühlen-Spinnen. Ich hasse die. Nerven so. Weil die einfach... Vergiften dich irgendwie, warum auch immer. Ja. Sind halt Nervengewies da. Obwohl, es gab mal ein... Es gab mal eine Version, da haben die dich gar nicht vergiftet irgendwie. Oder ich hatte Glück, weil es ne Wahrscheinlichkeit war, dass du vergiftet wurdest, aber... Ja, da hättest du ne Wahrscheinlichkeit von 0,0000001%. 100. Weil die vergiften dich eigentlich immer. Aber ich hatte nie... Ich wurde dann nie vergiftet. So, entweder warst du wegen einem Update oder so. Ähm, du bist noch meinen, oder? Ich bin noch meinen. Okay. Ich wollte ja auch gerne mal tiefer gehen, aber nein, ich spinne halt nämlich davon ab. Soll ich sterben? Nein, es sind... Im Studio kommt? Nein, nein, alles gut. Es sind nicht die, die, die keine Ahnung, was für, für, für Leute. Es sind nicht die Skelette, es sind nicht die Zombies, es sind einfach nur die Kackkühlen-Spinnen. Hm. Digga, ich höre die ganze Zeit spinnen. Geht weg! Ich höre halt nix anderes außer Spinnen mehr. Raus aus meiner Leidung. Alter, das ist ein Creeper. Ne, der kriegt generell nicht. Wenn man den schlägt, ist okay. Okay. Warum das? Ne. Okay. Ist das durch Optifine? Genau. Oder vielleicht hast du hier so einen Mod von Optifine... Ähm, nicht von Optifine. Von Badline. Ne, ich hab ja... Ich hab ja kein Bad... Ich spiel ja kein Badline grad. Ach, du spielst keinen? Ne, ich spiel grad durch Optifine, deswegen wundere ich mich grad. Also ich könnte auch... Dann in der zweiten Folge zum Badline... Switchen. Wie, wie, wie... Oh Gott, 35 Minuten. Ich würd sagen, 5 Minuten Playtime, dann machen wir jetzt weiter Folge, ne? Oh Gott, geht's da tief runter. Aber bringt das was noch mit der Stein-Ticke? Ich glaub, das bringt erst was so richtig, wenn... Ey, hier... Kannst du gleich auf Eisen umwechseln. Dieses... Öhm... Komische Stein. Wie heißt das? Dieses Bruch... Tief... Was weiß ich... Stein. Kannst du... Komplett vergessen mit einer Stein-Picke. Das ist halt das... Plus das Problem, wir kommen hier hoch. Ja, sterben. Mhm. Glaube ich auch. Oder das ist ein Skelett. Wie tief bin ich? Ich bin wie ein 5. Wo bist du? Ey, wenn ich das mal einmal das Skelett brauche, dann... Stirbt es. Nein. Das einzige Skelett hier. In der ganzen Gegend. Ist gerade an Feischaden gestorben. Wenn man es mal braucht, Digga, dann... Sterben die. Mann. Bruder muss los. Und dann, wenn man die Viecher nicht mehr braucht, dann... Mann, sterben die eben nicht. Ah, hier ist Eisen. Meine Picke ist... Meine Picke ist sowas schon ein Spott. Die Overworld. Ich bin die ganze Zeit in der Overworld, aber egal. Ich komm hoch zu die Overworld. Ist ja nicht so, dass du irgendwie die ganze Zeit in der Overworld bist. Ja. Ey, Misi, ich rate dir... Hast du Fackeln? Äh, ich... Ne, aber ich kann welche machen, oder so? Ne, ich... Also, ich benutze die ganze Zeit keine Fackeln, weil ich im Bedline sowas eingeschaltet habe, dass ich in Höhlen trotzdem noch was sehen kann. Also, es wird gar nicht dunkel mehr bei mir. Okay. Na, äh, ja, komm einfach... Komm einfach zur Dor... Dor... Dorf... Ach, wir haben zwei Klaus. Ja, ja, wir haben zwei. Gibt es keine Dörfer hier? Sollen wir denen sagen, dass wir ein Dorf haben? Die haben keine Dörfer? Die finden keine Dörfer? Nichts sagen, nichts sagen, dass wir ein Dorf haben. Was? Digga, wir sind die ganze Zeit schon in einem Dorf, Digga, und die finden kein Dorf. Was ist denn das? Sollen wir sagen, dass wir an zehn Dörfern schon vorbeigerannt sind? Was? Sollen wir schon sagen, dass wir an zehn Dörfern vorbeigerannt sind? Ich finde bloß Wüstendorf. Hä, das ist... Ist ja dumm, nennst du's doch... Hä, Wüstendorf eigentlich geil. Wir müssen mal raus aus der Wüste gehen. Ja, ja, aber... Lol, okay. Auf welcher Höhe befinde ich mich auf... Aber glaubst du, dass es so ist... Scheiße. Glaubst du, dass es gut, wenn unser Dorf so nah am Spawn ist? Der ist nicht nah am Spawn eigentlich. Ist der nicht nah am Spawn? Nö. Okay, wenn du's sagst. Alter, ich glaube, ich komm nicht mal hier raus, Gisi. Du musst doch einmal nur sterben. Das ist das Problem. Ich hab mich schon hochgebaut. Und ich sitz in irgendeiner Pamp-Bar mit einer Holzpicke. Och, der... Ich hab nichts mehr. Wo bist du? Ich komm zu dir. Warte. Wofür ich auf Höhe bin ich? Ach, warte, ich mach mal kurz mal eine neue Picke. Ich bin 54. Hier und 50. Genau unter uns, oder? Ich bin Höhe 54. Komm, ich bin gleich draußen. 65. Ja, da ist die Erde. Okay, du schaffst das auch ohne mich. Halleluja. Okay. Was? Was ist der Hölle? Ich bin frei. Dann sag ich frei. Lieg. Wo ist das doch? Ach, da. Bin ich jetzt der Erste, der das freigeschalten hat? Metallurge? Was? Nö. Nö? Schade. Was ist Metallurge? Metallurge, wenn du Eisen hast. Ach so, nö. Schade. Alle haben schon Eisen rein, Tor. Wo ist das? Brauch noch ein Eisen. Jaja, du bist ja schon Full Iron. Bin aber Leder. Ja, warte. Machst du. Nimm mal da weg. Gut. Digga, einfach ein Stack Eisen, was? Warte, ich hab noch mehr. Hier kannst du hier reinmachen. Hier unten. Hab ich. Oder noch. Wie, fahrst du da jetzt rein? Oh, geil. Nee. Wo hast du jetzt meine Hände? Ach so. Ja, so. Ich hab mit hier unten hingemacht. 22 Eisen habe ich da unten hinzugefügt. Raus aus meinem Bett, ey. Bist du wahnsinnig? Der liegt da schon die ganze Seite drin. Also ich will ja nichts sagen, aber das Server ruckelt ganz schön. Ob das vielleicht daran liegt, weil wir so vieles Spiel essen? Keine Ahnung. Würde ich auch sagen, ja. Aber ich denke, das legt sich noch mit der Zeit. Zu viel Eisen, du. Äh, Plan ist auch eine Eisenfarm zu bauen, ne? Genau. Okay. Wollen wir jetzt erstmal schlafen? Können wir, aber die anderen schlafen bestimmt nicht. Ich frag's immer. Warum hast du ein Leder aus? Warte. Äh, nein, das nehmen wir jetzt. So. Du. Zwei von fünf schlafen. Du brauchst auch so. Du kannst das nicht auch... Doch, sonst so. Meppelad, ne. Hey, das sind Kornblumen. Kornblumen. Ich würd sagen... Das wär's für die Folge gewesen. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann... Warum bin ich vergiftet? Du bist nicht vergiftet. Bei mir sind Partikel. Nö. Das würde ich stinken. Ich war vielleicht Hunger. Würde ich vielleicht schätzen. Aber ich hab keinen Hunger. Warte mal. Gibt's das in Minecraft, dass man stinken kann? Oder warum hab ich Partikel? Hä? Stinken kann? Hä? Ich hab grüne Partikel. Hä? Okay. Bei mir war so gar keine. Okay. Vielleicht ist es auch bloß bald. Ne, kann ja sein. Ich würd sagen, das war's für die Folge gewesen. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann lass wie immer ein Like da. Lasst ein Abo da. Und aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Das würde mich sehr, sehr freuen. Schreibt einen netten Kommentar. Bis zur nächsten Folge. Haut rein, Leute. Und... Ciao. 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 Ciao.